Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Wunderbare Bilder und Geschichten von der Weltreise habe ich euch mitgebracht. Und Entertainmentmanager Martin, der macht was ganz Besonderes. Seinen Führerschein. Viel Spaß. Unser Weltreiseschiff Aida Aura ist jetzt in Kapstadt angekommen. Und Annette und Vivian waren beide zusammen da und zeigen uns mal Kapstadt. Das Besondere ist, dass Vivian da mal gelebt hat. Ja, auf Afrikaans sagt man Chudemore. Und damit würde ich sagen, können wir loslegen. Wir befinden uns ja jetzt gerade auf dem Signal Hill und hinter uns liegt Kapstadt. Was ist denn im Moment alles zu sehen? Also wir sehen gerade Robin Island. Das ist da, wo Nelson Mandela 27 Jahre in Haft war. Also man kann dort auch das Gefängnis besuchen. Und außerdem sieht man direkt hinter uns das WM-Stadion 2010. Hier in dem Stadion haben wir Viertelfinale gegen Argentinien gewonnen. Ich war live dabei. Das war auf jeden Fall eins der Highlights in meiner Zeit, die ich hier gelebt habe. Und kann man jedem nur empfehlen, dort mal ein Spiel zu sehen. Dann haben wir natürlich die Waterfront. Ja, der Treffpunkt, wo man sich hier in Kapstadt abends auch gut ein bisschen entertainen kann, lecker was essen gehen kann. Den Hafen und natürlich die Innenstadt sieht man von hier oben. Natürlich auch wunderschön. Es gibt drei Ruhehäuser, die haben einen ganz besonderen Namen. Genau, das sind die ersten Hochhäuser, die hier in der Stadt gebaut wurden. Und die nennt man liebevoll die Tampons. Schauen Sie mal ganz genau hin. Wir sind hier auf dem Chapmans Peak Drive. Das ist eine der schönsten Küstenstraßen der Welt und wir fahren jetzt hier einmal entlang. Hinter uns sieht man schon Haut Bay, ein ganz kleines Fischerdörfchen, wo man ganz lecker Fisch und Chips essen kann. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wir sind in Simons Town am Boulders Beach, wo hier die Pinguinkolonien in Südafrika leben. Hast du einen besonderen Bezug zu Pinguinen? Ja, Pinguine waren schon mal meine Lieblingstiere. Mein erstes Kuscheltier waren Pinguinen. Und ich finde die einfach so süß und niedlich und finde es toll, dass sie immer zusammenbleiben. Also wenn sie einmal ihren Partner gefunden haben, dann trennen sie sich halt auch nicht mehr. Wir halten mal die Augen auf und ich bin mir sicher, wir entdecken gleich noch ein paar mehr Pinguine. Pinguine waren Pinguine. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, liebe Gäste, wir stehen hier am Food Market und wir werden es uns auch gleich noch gut schmecken lassen. Aber wenn wir zurückblicken, hatten wir natürlich wirklich unvergessliche Eindrücke. Am Cup der Guten Hoffnung waren wir auch, es war sehr windig. Ist das normal für das Cup der Guten Hoffnung? Fast schon, ja. Das wurde ja auch Cape of Storms genannt, also das Cup der Stürme. Und ich glaube, wir haben heute alle verstanden, warum das so ist. Ja, man hat es einfach versucht, ein bisschen positiver umzusetzen, weswegen der Guten Hoffnung. Gute Hoffnung hatten wir auch. Es waren auch wirklich traumhafte Momente. Und jetzt müssen wir uns endlich stärken. Genau. Afrika, du hast mich entführt. Zeigst mir dein Geheimnis. Ich habe Annette einfach mal entführt, um mal was richtig südafrikanisches zu probieren. Und Wildtong, das ist ja getrocknetes Fleisch. Das gibt es aus verschiedenen Tierarten. Wir haben hier einmal den Gemscork oder auch Oryx genannt. Wir haben natürlich auch Rind oder auch den Strauß, also einen Vogelstrauß, den man hier probieren kann. Und ich würde sagen, wir testen das einfach mal. Und wir bleiben direkt in Kapstadt. Unsere Weltreise-Gastremporterin Heike Senf hat sich was getraut. Und zwar richtig. Guck mal hier. Wir werden nachher mit dem Paraglide hier runterfliegen. Runden schön an die Küste über dieses tolle Panorama bei herrlichem Wetter. Alles wird gut, wohin du auch gehst. Lasse dich treiben, auf dem Wolken gewinnt. Und wenn es nicht geliebt, so rufe nach mir. Ich werde dich finden und bleibe bei dir. Ich würde mich sagen, es war mein ganzes Gefühl. Ich würde mich am liebsten bevor und wieder machen. Volle Möglichkeiten. Fantastisch, der Chef, der war einfach super sicher. Mein Ziel ist es ja, dass alle Entertainment-Manager top ausgebildet sind. Und zwar in allen Bereichen. Und da haben die Kollegen von AIDA DIVA festgestellt, dass der Martin noch ein bisschen Nachhilfe braucht und dass ihm ein Führerschein fehlt. Glaubt ihr alles nicht? Guck mal. So Martin, heute ist ja dein großer Tag. Und damit du natürlich sicher unterwegs bist, habe ich dir da schon mal was vorbereitet. Das ist immer lieb von dir. Muss ich das noch aufpusten? Ja. Hallo, Martin. Kiedinger, kannst du gleich wieder ausziehen. Ich habe dir eine richtige Rettungsweste mitgebracht. Oh nein. Okay. Es geht los, es geht los. Nach Backbord geht es nach links. Muss ich auch 10 und 2 wie bei der Fahrschule? Ja, ich würde den Knopf nehmen, weil du musst hier schon 1, 2 Umdrehungen machen, damit was passiert. Wo ist denn das Fenster, wo ich meinen Arm raushinke? So Eisberge voraus. Ich kann Eis riechen. Warte, so war das doch. Super, Martin, bei 28 Grad. Ja, wenn ich sicher fühle, kannst du auch ein bisschen mehr Gas geben. Wenn wir auch gleich mal den Himmel von ganz hinten nach ganz vorne umlegen, dass wir vorne hochgehen, meine ich. Wir heben ab. Wir sind schwindelig. Eine Siffer, die ist lustig, eine Siffer, die ist schön. Ring oder Sonnenschein, wir feiern in den Morgen rein. Ich meine Personen, die das Leben positiv sehen. Was kann an so einem schönen Tag bitte schief gehen? So, ich will dich gerade hoch und Backbord! Steuerbord! Das andere Halt! Das andere Backbord, nein. Ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, ich bin wieder da. Ich habe es überlebt. Danke schön, lieber Herr Ram. Martin. Und? Das war ja schon mal recht erfolgreich. Okay. Deswegen kriegst du auch deine Lizenz für begleitetes Fahren. Okay. Begleitet. Ich nehme dich wieder mit. Und wenn auch ihr jetzt richtig Lust bekommen habt, in Urlaub zu fahren oder wenn ihr auf Weltreise gehen wollt, dann geht ins nächste Reisebüro oder auf www.aida.de. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Wir starten in Bangkok und fahren als erstes nach Koh Samui mit seinen Traumstränden. Nun besuchen wir Singapur. Nachdem wir Phuket verlassen haben, erwartet uns Langkawi und Penang. Wir machen noch Halt in Kuala Lumpur und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Bangkok. Und bei der Gelegenheit, liebe Freunde an Bord, ich muss mich nochmal bei euch bedanken für die wunderbaren Bilder und für die tolle Musik, die ihr uns immer wieder schickt. Und jetzt auch für euch, liebe Zuschauer, die schönsten Bilder von Bord mit der tollsten Musik. Ich passe. Musik. 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 Untertitelung. BR 2018